Ebbe in der Kasse? Dann sollten Sie ruckzuck Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen. Lassen Sie sich Unmengen von Geld in die Kasse spülen, durch clevere Lizenzen. Finanzieren Sie Ihr Unternehmen durch Lizenzen, selbst wenn Ihre Schufa ein Bild des Jammerns ist. Lernen Sie überdies alles über die Spielart Franchise. Machen Sie einfach nach, was andere bereits zum Erfolg geführt hat. Lizenzen bringen gleich zweifach Geld ein. Wenn Sie eine solche Lizenz zu vergeben haben, können Sie damit so gut wie alles finanzieren. Da ist es völlig egal, wie es um die Bonität Ihrer Firma gerade steht. Selbst wenn Ihre Schufa so schwarz ist wie die Seele eines Henkersknechtes, können Sie über diesen pfiffigen und unkonventionellen Weg finanziell wieder Wind unter den Flügeln bekommen. In kürzester Zeit. Und wenn Sie solch eine Lizenz erwerben, auch dann können Sie sich freuen. Denn Sie sparen beispielsweise Zeit, Mühen und Kosten für die eigene Entwicklungsarbeit. Vom Risiko mal ganz abgesehen. Unternehmerisch legen Sie sich gewissermaßen ins gemachte und überaus bequeme Bett und müssen nur noch das Geld einnehmen. Also, Lizenzen bieten Vorteile, wohin man sieht. Es bietet clevere Lösungen für alle, wie Sie mit nur 10% Kapitaleinsatz 90% Gewinn erzielen können. Dieser Lizenz-Coup finden Sie in meinem Buch ausführlich beschrieben. Wenn Sie hingegen von dem krankhaften Klammergriffen der Banken befreien wollen, bietet Ihnen mein Ratgeber ebenfalls hervorragende Alternativen im Bereich der Lizenzvergabe. Sie werden staunen, was alles möglich ist. Es schließt das Franchise mit ein. Franchise ist eine Spielart der Lizenznahme, die Ihnen einen hervorragenden Einstieg ins Unternehmentum bieten kann. Wenn Sie vorab wichtige Punkte beachten, auf diese Fallstricke und Besonderheiten mache ich Sie aufmerksam, damit beim Start in Ihre berufliche Selbstständigkeit nichts schief gehen kann. Mein Ratschlag für Sie ist daher eindeutig. Lesen Sie meinen Praxisratgeber Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen, denn der orientiert sich an den Anforderungen und Realitäten draußen im Markt. Mein Buch ist keine Theoriesammlung, sondern bietet Ihnen als Lizenzgeber oder Lizenznehmer knallharte Informationen und handfeste Tipps. Die Vorteile des Buches auf einen Blick? Es ist praxisorientiert. Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen erschöpft sich nicht in graue Theorie. Wie in all meinen Ratgebers liefere ich Ihnen massenhafte Beispiele aus dem realen Leben. Wie haben es Lizenzgeber geschafft, ihre Ideen an den Mann zu bringen? Und was müssen Lizenznehmer beachten, sowohl bei der Auswahl als auch bei der Umsetzung? All diese Fragen beantworte ich Ihnen. Leicht verständlich und Schritt für Schritt nachvollziehbar. Kehren Sie bei Banken und anderen konventionellen Finanzierungswegen ab jetzt den Rücken. Mit diesen raffinierten Methoden verschaffen Sie sich ganz neue finanzielle Freiheiten. Alle Hilfsmittel, die im Buch beschrieben werden, bekommen Sie kostenlos auf CD-ROM und mit dem Download-Paket-Set. So können Sie ohne Zeitverlust damit anfangen, mit Lizenzen Geld zu verdienen oder eine Finanzierung umzusetzen. Weitere Neuigkeiten und kostenlose Informationen zu Geld beschaffen und verdienen mit Lizenzen finden Sie auf der Erfolgs-Union.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Ich bin eure Geldberge. Zasno Gäbst